und da sind wir auch wieder mal wieder immer nur kurze folgen aber wir machen das nächste track haben wir eigentlich ok haben wir lieber noch nicht wir haben ja noch ein bisschen treibstoff wollen wir probieren mal die winna takes it all die sind ein kilometer lang strecke der schwierigkeit schwer füllt sich über den glühenden asphalt der us 77 und über die kalin kaltineon brücke am café goldschluck ich könnte mich wegschmeißen vor den namen ok das sollte eigentlich kein problem sein mal gucken 5 4 3 2 1 start kontrallpunkt rot geschaltet rot geschaltet ähm ja den bloß nicht berühren den bloß nicht berühren ohne vier mal vier einsatz yes am am anfang den start vergeigt aber dann hey tapfer geschlagen so wir fahren jetzt mal zur tanke schau mal da so ne kurze folge schau mal da so ne kurze folge so was haben wir denn wieder auf und schon wieder ne Prüfung und schon wieder eine Prüfung neues Ja, dann werden wir das nächste Rennen wieder eine Prüfung starten, mit dem kleinen Chibi, oder wir machen erstmal ein Jungsrennen und kaufen uns ein neues Fahrzeug. Aber sagen wir mal so, bis, obwohl die Folge ist kurz, ne. Nein, wir kaufen in der nächsten Folge. Bis dann, euer Blecki. Okay. Und willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge. Nach einem kurzen Schnitt haben wir uns doch überlegt, uns ein neues Fahrzeug zu kaufen. Weil die eine Folge war doch ein bisschen zu kurz. Mit drei Minuten und noch irgendwas. Deswegen kaufen wir uns jetzt das mit den hier. So, Skin. Komplett in einer Farbe. Zebra. Zebra ist auch nicht schlecht, aber, na, davon bin ich kein Freund. Ah, ein so schönes Orange. So, wir fahren. Was ist denn das Orientierungsrennen? Hallo? Das hier. Äh, wo kommt denn der Umfang mal her? Aber Vorsicht, Leute. So, wir wollen ja das nächste Rennen. Sobald das Gras weg ist. Oh, ohne 4x4 geht's hier gar nicht mehr. So. Halt! Wir haben den Text übersprungen. Halt, müssen wir nochmal bänden. Wir haben den Text übersprungen. Sorry, Leute. Dauer ich zu lange auf der Taste. Na, komm. Mein Fehler. Promi-Show. Aha, extrem lang. Und schwer. Oh, sieben Minuten. Nee, Alter. Nee. So, und wir können schon mal bänden. Was macht's? Und wir müssen nicht mehr. Und wir können das ja nicht mehr sein. Jetzt war das Wunsch. Und wir können die Kategorien machen. Und wir können die Kategorien machen. Und wir brauchen die Nivea. Und wir können die Nivea die Nivea den Angriff nicht mehr vergeben. das war es ja mal wieder so geht es und der leute und sprung so achten aber gar sogar sehen hier so jetzt heißt es gas geben gas 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 und wenn das jetzt nicht mal schlecht war schöner auf dem gras bleiben da kommt kaum noch über runde stein immer auf dem gras bleiben und in der müssen wir ordentlich Gas geben. Sonst fährt niemand zu viel Zeit. Danke, danke, danke. Oh, Entschuldigung. Ich habe ihn leider über den Haufen gefahren. Vorsicht, Vorsicht. So, wir brauchen ein bisschen Zeit. Schön paar Sekunden aufsammeln. Aber das heißt trotzdem nicht, dass wir hier ja, steht da so dumm demnich in der Ecke rum. Alter, dass die Leute sich immer noch so gefährlich da entstellen, ist ja ein Wahnsinn. So. Hey, komm. Da ist Treibsand. Ich nenn's gerne Treibsand. Wo geht's denn hier runter? Da hinten geht's runter. Nehmen wir auch die Sternchen mal mit. Außer, 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 wie man so ein Mist. Wir hoffen, dass wir noch in der Zeit liegen. Dafür nehmen wir den noch mit. Und es geht über eine Steinbrücke. Wir müssen ein bisschen Zeit... Mein Bruder kocht. Mein Gott. Ja. Wenn man immer in die falsche Richtung fährt hier. Äh, gut. Ah, jetzt haben wir wieder welche ausgelassen, ne? Den lassen wir auch mal aus. Weil sonst kostet uns das ein bisschen zu viel Zeit. Okay, da hätten wir jetzt von unten irgendwie noch fahren können. Aber... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das ist das Problem. Eieieiei. So, am besten immer da fahren, wo Gras ist. Da ist der Boden nämlich etwas fest. Ups. Kontrollpunkt. Ja, ja, ja. Oh, das Spiel fordert einen. Ja. Aber dafür ist das Spiel 1A hier. So, und wir sind auch schon wieder am Ziel. Letzter Kontrollpunkt. Rennen beendet. Und, wow. Wow. Okay, wenn er die Strafsekunden nicht hätte, wären wir mal hinter ihm. Naja. Wir haben es gewonnen und das zählt alles, ne? So. Wir haben jetzt nur noch, glaube ich, nur noch zwei Stück, ne? Offen. Erstmal. Hm, 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 hm. Ich gucke gerade. Ne, wir haben nur... Doch. Prüfung und Valley. Wie gesagt. Für die Prüfung brauchen wir wieder eins, was wir schon haben. Und für die Valley haben wir... Ne. Besuchen wir uns noch ein neues. Bis denn. Bis denn.